Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Mit einem Marktwert von 3 Millionen Euro ist Yuma Suzuki der wertvollste Spieler im Kader des belgischen Erstligisten VV St. Troiden und nach seinem Wechsel von den Kashima Antlers im Sommer 2019 machten wir der 25 Jahre alte Japaner vor allem in seiner zweiten Saison aufmerksam, aber mit 17 Treffen sind die besten Torschützen der belgischen Liga und im Sommer wollte er auch dann den Klub verlassen und wäre beinahe in Deutschland gelandet und das ist ja bei uns und ich denke mal, das wisst ihr auch alle noch und jetzt gucken wir mal auf die Geschichte drauf, die da am letzten Transfer-Tagsfenster geschehen ist, denn Suzuki sagte dazu folgendes, es war lange Zeit ein hellenischer Klub im Rennen, doch am letzten Tag des Transferfensters ging bei Schalke 04 alles ganz schnell, es gab eine Einigung mit dem Klub und auch mit mir, alle Papiere wurden unterschrieben, aber wir waren zu spät, der Deal war also nicht offiziell, sagt Suzuki in einem Interview mit der belgischen Zeitung Hit Newsblatt. Für die Königsblauen wäre ja Suzuki der insgesamt 17. Ex in der Neuzugang gewesen und auch die belgischen Top-Klubs FC Brügge und Erste Anerlecht war nach eigenen Aussagen des Mittelstürmers interessiert, schließlich musste er aber bei St. Troiden bleiben worden, ob es 2023 unter Vertrag steht. Unter Trainer Bernd Hollerbach, übrigens der ehemaliger Schalker Co-Trainer, zählte nach einigen Wochen ohne Einsätzen während der Sommertransferphase inzwischen wieder zu den Stammkräften. Und natürlich kommt dann logischerweise auch die Frage auf, ob es dann im Winter einen neuen Anlauf von Schalke geben wird, aber das wisse der Rechtsfuß derweil noch nicht. Das ist keineswegs sicher, es gibt einen neuen Transfermarkt. Ich hoffe immer noch auf eine große Liga, aber versteht mich nicht falsch. Ich bin sehr gerne bei St. VV und bin auch zu 100% auf den Verein fokussiert. Die Transferangelegenheiten überlasse ich komplett meinem Management. So Suzuki, der Schalke, trotz des Abstiegs in die zweite Bundesliga für einen großen Klub hält. Es ist ein Fall mit einem guten Ruf in Japan. Das liegt auch an Atsuto Ushidas Vergangenheit dort. Ich sollte sogar mit seiner Trikotnummer spielen. So also Yuma Suzuki über den geplatzten Deal. Eine Kleinigkeit, die ich sehr, sehr spannend finde, ist wirklich das mit der Trikotnummer, dass die an sich sozusagen schon klar war, aber es doch nicht mehr möglich war, das ganze Ding offiziell zu machen. Schade auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass Suzuki von seinen Anlagen her und mit einer gewissen Erfahrung, die er aus Belgien mitbringt, plus Potenzial, wirklich ein spannender Spieler für uns gewesen wäre, als Matthew Hopp-Ersatz. Schade, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht klappt es noch, weil noch einmal das Gesamtpaket finde ich immer noch richtig, richtig gut und ich glaube auch, dass er sehr, sehr gut vorne bei uns reinpassen würde. Eure Meinung zu Yuma Suzuki? Geh mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.